Mein Pipeline hat was Neues, nämlich ein echtes Double-Opt-In endlich verschicken. Wir haben so lange darauf gewartet, aber jetzt haben wir eine Möglichkeit gefunden. Die Freunde von Pipeline haben das nicht bis zum Ende durchgedacht, es geht noch immer nicht auf dem offiziellen Weg, aber wenn man das so macht wie wir, hat man tatsächlich keine händische Arbeit mehr und das ist absolut rechtssicher. Wir werden sehen, also absolut rechtssicher, wissen Sie, Disclaimer, Franks ihren Rechtsbeauftragten, aber das müsste eigentlich für jeden passen. Ich zeige es Ihnen einmal. Also, wir haben ein Webformular erstellt und in diesem Webformular, das ist das Neue, kann man jetzt auch den Marketing-Status abfragen. Schauen Sie mal da hier. Ja, Marketing-Status, ja, ich möchte informiert werden. Das schaut da hier so aus, da kommt dann dieser Text mit einem kleinen Kastl zum Anklicken. Das, was die Freunde wieder nicht vergessen haben, ist, was ich vorher vergessen habe, man kann das nicht als Pflichtfeld machen, aber da schauen wir jetzt einmal drüber weg. Ich zeige Ihnen, was jetzt passiert. Ich habe dieses Webformular schon angelegt, Anmelding zum Newsletter, das habe ich schon vorher ausgefüllt und ja, ich möchte die Newsletter bekommen und absenden. Was passiert jetzt im Hintergrund? Ich bekomme ein Mail und zwar meine Test-Email-Adresse. Das zeige ich Ihnen jetzt. Ja, nicht vergessen da hier bei der Dankeseite immer, immer, immer Call to Action. Wenn man einen Kanal abonnieren möchte, einen YouTube-Kanal, kann man da draufklicken und dann den Kunden sagen, machen es doch was, nämlich den Kanal abonnieren. Würde ich Ihnen auch raten, schaut nichts. Jedenfalls. Gehe ich jetzt in meinen Test-Account und schauen Sie mal, da habe ich ein E-Mail bekommen. Da steht jetzt drinnen, sehr gerne, der Auer-Test, gerüchteweise, bla bla bla. Und hier Ihre E-Mail-Adresse bestätigen. Ja, wenn ich da draufklicke, lande ich erstens einmal dort, wo man jetzt solche Workflow-Hilfe bestellen kann. Ja, also auch wieder da in Call to Action. Aber viel wichtiger ist, ich habe das bestätigt. Ja, also das können Sie uns verlinken, wenn Sie es wollen. Ja, wichtig, es geht nur darum, dass Pipeloff weiß, dass Sie da draufgeklickt haben. So, und was hat der Workflow jetzt im Hintergrund gemacht? Ich schiebe das wieder weg. Der Workflow hat im Hintergrund ein Lead angelegt. Ja, das sagen wir im Webformular, das zeige ich Ihnen nachher noch einmal. Der ist jetzt in den Lead-Post-Eingang, der ist da. So, da ist er, der Bernd-Auer-Test. Ja, und da drinnen ist was Spannendes jetzt. Ja, erstens einmal, er hat mir eine Aufgabe erstellt. Ja, da hat es Double Opt-In gegeben, mit dem heutigen Datum. Ja, also das ist schon einmal Beweis als Aktivität. Und zweitens hat er mir zum Kontakt. Ja, schauen Sie mal, warte mal, da ist er. Schauen Sie mal, ich habe da beim Bernd-Auer-Test, also bei dem Kontakt, ein Feld angelegt. Das heißt, Double Opt-In gegeben haben. Also wenn ich in den Kontakt reingehe, ja, ist das ganz unten dran. Das ist unsere Testumgebung, schreckt noch nicht für Plätze drinnen. Aber Double Opt-In gegeben am 22. Juli, das ist heute, das hat er automatisch reingeschrieben. Ja, durch den Klick im Newsletter, also im Bestätigungs-E-Mail. Ja, ich zeige Ihnen noch sein Workflow, wie der genau ausschaut. Beginn dazu aber beim Webformular. Da hier ist eines wichtig, nämlich bei den Sendemöglichkeiten habe ich da unten bei den Einstellungen drinnen. Ja, ich möchte, ja, wenn das jemand ausfüllt, wenn man das Webformular jemand ausfüllt, das Ganze speichern als Lead, ja, und einen Lead-Namen-Prefix dazugeben. Ja, das ist der bei mir. Ich mache das immer in eckigen Klammern, damit du weißt, dass das, was da drinnen steht, das sollte irgendeine Automation triggern. Ja, dann wird ein Lead erstellt mit eben in eckiger Klammer das und ich glaube dem Namen von der Kontaktperson. Ja, Double Update in Test. Ja, das da hier wird den Automatismus triggern. Den Automatismus zeige ich Ihnen jetzt. Den haben wir da. Automatisierungen, Double Update in Best Practice. Bearbeiten. Schauen Sie mal. Also, da würde ich natürlich machen, von ausgewählten Besitzern ausgelöst und immer getriggert durch jeden Nutzer sicherheitshalber. Ja, aber wichtig ist, der Lead wird erstellt und eine sofortige Bedingung. Ja, der Workflow läuft nur dann weiter, wenn der Titel des Leads enthält, da haben wir auf uns raten, eckige Klammer, Double Optin. Ja, das, was ich da angegeben habe als Präfix. Dann geht der Workflow weiter. Nämlich, dann soll er sofort ein E-Mail verschecken. Ja, nämlich an die E-Mail-Adresse des Lead-Kontakts, klar, und die Vorlage, die ich vorher erstellt habe. Double Optin. Ja, ich verknüpfe das dann da hier noch mit dem Lead, mit der Organisation, mit der Kontaktorganisation könnte man gesparen, weil das gibt es nicht. Habe ich jetzt aus Versehen gemacht, ja, aus Gewohnheit. Aber ich möchte das E-Mail verknüpfen mit dem Kontakt. Ja, und ganz wichtig, ich möchte das Anklicken von Links tracken. Ja, das ist wichtig. Ob er jetzt wird aufgeregt. Ja, und jetzt kommt was. Jetzt sage ich, ich möchte auf eine Bedingung warten. Ja, nämlich, wenn das E-Mail aktualisiert wird. Ja, und der E-Mail-Link wurde angeklickt, wurde geändert zu Ja. Das hört sich jetzt sehr technisch an, ich zeige es Ihnen dann da. Ja, Ereignis ist, das E-Mail wurde aktualisiert, und dann kann man sich ein paar Sachen aussuchen, und ich nehme, E-Mail-Link wurde angeklickt, ja, dann wurde geändert zu Ja. Das heißt, in der Technikersprache nichts anderes, als dass der Link geklickt wird. Okay? Ein Zeitlimit ist erforderlich, brauchen wir, dann nehmen wir so lange wie möglich, nämlich eine Woche. Ja, wenn das nicht innerhalb von einer Woche jemanden anklickt, dann haben wir Pech gehabt. Ja, das ist, wenn den jemanden haben will, dann klickt er eh sofort. Okay? Und dann Bedingungen anwenden. So, und was soll er dann machen? Dann soll er mir die Kontaktfehler aktualisieren, nämlich in meinem benutzerdefinierten Feld, Doubleopting gegeben, am, schreibe ich rein, am selben Tag. Das ist bei einem Datumsfeld übrigens. Wenn ihr wollt, könnte ich sogar danach sortieren, ja, bringt mir nichts, aber ich könnte danach sogar sortieren, das ist auf jeden Fall ein Datumsfeld, ja, damit ihr mir das Datum reinschreibt. Und, ihr habt gesagt, ich möchte auch gleichzeitig eine Aktivität erstellen, für am selben Tag, ja, eine Aufgabe und wichtig, erledigt ist ja. Dann sehe ich im Kontakt im Verlauf, dass der den Newsletter auch abonniert hat. Ja, muss nicht sein. Ja, eins von den Beinen reicht in Wirklichkeit, aber Doppelheld besser. Ja, so habe ich volle Transparenz, dass jemand wirklich auf diesen Link geklickt hat und habe somit bewiesen, dass der wohl meinen Newsletter bekommen möchte. Ich warte darauf, dass mir ein Datenschutzbeauftragter sagt, das reicht nicht, aber ich glaube jetzt wirklich sehr stark, das reicht. Wenn Sie was gegenteiliges behaupten, dann bitte gerne melden. Ich vermute, das funktioniert. Und jetzt werde ich Ihnen schon auch noch sagen, warum ich davon überzeugt bin. Wir verschicken die Campaigns ja immer mit einem Filter, und zwar über Filter bei den Kontakten, ja. Und in meinem Filter nehme ich jetzt Folgendes auf, ich sage, ich möchte einen neuen Filter erstellen, nehme ich, der die Bedingungen entsprechen. Und ich möchte an den Kontakt, Marketing-Status ist abonniert, müsst ihr nicht, ich kann ja sowieso nur an die Leute verschicken, die abonniert sind, aber dann sehe ich es auch von vornherein, wie viele sind, ja. Und ganz wichtig jetzt, wenn das recht sicher sein sollte, ich mache da hier eine zusätzliche Bedingung rein, ich sage, der Kontakt beim Double Optin gegeben ist, ja, nicht irgendwas, irgendwas, irgendein Datum, sondern ist nicht leer. Ja, da unten schreibe ich jetzt noch Newsletter-Verteiler, damit ich dann Plätze mache. Ja, aber wichtig ist, Kontakt-Double Optin ist nicht leer. Man muss, man darf das jetzt nur Leuten schicken, von denen man weiß, dass das ausgefüllt ist. Und logischerweise kommt das jetzt schon, ja, da habe ich vorher auch schon hier rumgetestet. Ja, und dann einfach wie gewohnt Kampagnen verschicken, eine neue Kampagne und dann an einen bestimmten Filter nehme ich unsere Newsletter. Sie wissen jetzt, was kommt. Ja, und dann ist das, glaube ich, auch rechtssicher und jetzt habe ich auch keine händische Arbeit damit. Und wenn Sie Fragen haben damit, Sie wissen, pd-experts.com und da haben wir die Kontaktmöglichkeiten, also wenn wir irgendwas tun können, ein Wort genügt.